Er hat schon eine sehr große Qualität. Er kann mit dem Rücken zum Korb spielen. Er ist ein guter Verteidiger. Er kann Face-Up spielen. Und ich meine, wenn er so wie gestern ein gutes Spiel macht, wir trotzdem gewinnen, dann kann ich auch damit leben. Aber wir müssen ihn schon ein bisschen mehr kontrollieren, weil er ist schon gerade der D&R in Cyberspiel. Ja, natürlich. Ich denke, wir haben eine Vorteile, nicht nur mit mir, sondern auch mit Leon. Er kommt zurück zum Rhythm. Ich denke, wir können sie innen attacken und das wird es für unsere Shooter einfacher machen. Wir hatten in den letzten Spielen auch schon wenig Regeneration. Darauf kommt es jetzt echt mal an. Jetzt ist es einfach nur, dass man das Heimspiel findet, um nach Berlin zu fahren. Bis zum nächsten Mal.